Herzlich willkommen bei Rundum Linux. In diesem Video zeige ich euch im Schnelldurchlauf, wie ihr ein Video mit der Open-Source-Software Kdenlive schneidet. Als sehr einfaches Beispiel dient eins meiner Let's Plays für den Nerdgirl Gaming-Kanal auf YouTube, den ich euch in der Beschreibung verlinke. Mein Beispiel enthält nur zwei Clips, eine Grafik und eine Audiodatei und ist daher ein sehr überschaubares Schnittprojekt, demonstriert aber auch ganz gut die für den Anfang wichtigsten Arbeitsschritte beim Videoschnitt mit Kdenlive. Zunächst prüfe ich die Einstellungen für das Projekt. Bei Gameplay nutze ich dafür eine Full-HD-Auflösung mit 1920x1080 Pixeln mit 60 Frames pro Sekunde. Für ein normales Video sind 24 oder 30 Frames besser. Falls euer Rechner nicht der schnellste ist, solltet ihr außerdem Proxy-Clips aktivieren. Dann arbeitet Kdenlive im Schnitt mit einer niedrigeren Auflösung und zeigt die auch in der Vorschau. Beim Rendern verwendet das Tool dann aber das hoch aufgelöste Videomaterial. Auf diese Weise kann ich beispielsweise auch auf einem weniger leistungsfähigen Notebook ein Video schneiden. Anschließend speichere ich das Projekt unter einem sinnvollen Namen. Das sollte man sicherheitshalber auch zwischendrin immer mal wieder tun, auch wenn Kdenlive eine Wiederherstellung anbietet, wenn das Programm wirklich mal abstürzen sollte. Im nächsten Schritt lade ich mein Videomaterial sowie verwendete Grafiken und eventuell genutzte Audiodateien ins Projekt und zwar links oben im Fenster in den Bereich Projektinhalt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zieht Videoclips, Bilder und Audiodateien einfach aus dem Dateimanager ins Kdenlive-Fenster oder ihr öffnet über einen Rechtsklick und Clip oder Ordner hinzufügen einen Auswahldialog und könnt dann eine oder mehrere Dateien auswählen. Für häufig verwendete Clips wie mein Outro habe ich einen Eintrag in der Kdenlive-Bibliothek angelegt, sodass ich in jedem Projekt darauf zugreifen kann. Für meine Let's Plays brauche ich das meist nicht, denn ich verwende den kompletten Videoclip und trimme nur am Anfang und Ende ein wenig. Will man aber eine Szene aus einem Video herausziehen und beispielsweise als Vorgeschmack ganz am Anfang zeigen, kann man den Ausschnitt in der Clipvorschau raussuchen und setzt dann mit den Tasten I und O den In- und Out-Punkt. Das geht auch mit den Buttons unterhalb der Clipvorschau. Mit der Maus ziehe ich dann das Videobild aus der Clipvorschau auf die Timeline und dann habe ich dann dort nur den gewählten Ausschnitt. Ist ein Clip oder Clipausschnitt grob ausgewählt und in der Timeline platziert, kann man Anfang und Ende noch ein wenig trimmen, also genau festlegen, wo der Clip beginnt und endet. Bei meinem Beispiel ist das nur am Anfang nötig. Hier ziehe ich mit der Maus den Beginn des Clips nach rechts bis kurz vor die Stelle, an der auf der zweiten Audiospur, die meinen Kommentar enthält, ein Ausschlag zu sehen ist. Um eine Grafik wie hier ein Logo ein- und wieder auszublenden, ziehe ich die Grafik mit dem transparenten Hintergrund einfach auf die Videospur oberhalb des Gameplays, sodass sie auf jeden Fall das Video überlagert. In den Projekteinstellungen kann man festlegen, was die Standardlänge eines Bildclips ist. Ich habe das bei mir auf 15 Sekunden gesetzt. Die Grafik soll sanft ein- und nach kurzer Zeit wieder ausblenden. Das lässt sich in Kdenlive auf verschiedene Weise erreichen. Am einfachsten mit einem Fade-in, Fade-out. Dafür zieht man mit der Maus die rechte und linke obere Ecke des Clips nach innen. Alternativ lässt sich ein Transformationseffekt auf die Grafik legen, einige Keyframes setzen und an diesen die Deckkraft anpassen. Das Ergebnis Die Grafik wird bis zum ersten Keyframe langsam voll sichtbar, bleibt es dann bis zum nächsten Keyframe und wird anschließend wieder mehr und mehr transparent, bis sie ganz unsichtbar wird. Bei meinen Let's Plays sind das meistens nur zwei Videoclips. Bei anderen Videoschnittprojekten hat man meistens aber sehr viel mehr Videoschnipsel und andere Sachen. Weitere Videoclips kann ich aber auf dieselbe Weise wie den ersten auswählen und dann mit der Maus auf dieselbe oder eine weitere Videospur ziehen. Hier kommt zum Beispiel mein Abspann auf eine zweite Videospur oberhalb der ersten. Mit einem Fade-In sorge ich dann dafür, dass er langsam einblendet und schiebe ihn ein Stück über den Gameplay-Clip, sodass er diesen überlagert. Da der Abspann keine Audiospur hat, könnte ich hier entweder eine Audiodatei einfügen, die Stille ertragen oder ein wenig Geräuschkulisse aus dem Spiel nehmen. Ich mache meistens letzteres. Und am Ende meines Gameplay-Clips sind tatsächlich nur Hintergrundgeräusche. Das heißt, ich kann hier einen Schnitt setzen und das letzte Stück kopieren und nochmal einfügen. Das Audio ist standardmäßig mit dem Videoclip gruppiert, sodass sie stets gemeinsam verschoben, getrimmt oder geschnitten werden. Will ich nur den Audioclip schneiden und nicht auch den Videoclip, muss ich erst die Gruppierung aufheben. Das kann ich über das Kontextmenü machen oder mit der Tastenkombination STRG, SHIFT und G. Anschließend setze ich den Playhead an die gewünschte Stelle und drücke SHIFT und R, um den Clip an dieser Stelle zu schneiden. Jetzt markiere ich den abgeschnittenen Teil, kopiere ihn mit STRG-C oder per Kontextmenü, setze den Playhead in der Timeline nach hinten und füge da den kopierten Clip mit STRG-V ein. Anschließend muss ich noch die Länge anpassen und ihn am Ende ausklingen lassen. Das fertig geschnittene Kdenlive-Projekt muss nun noch in eine Videodatei gerendert werden. Über das Menü Projekt rendern öffne ich den Dialog dafür. Ganz oben lege ich den Namen der Videodatei und den Speicherort fest. Als Ausgangspunkt dient mir das Format MP4. Die Qualität des Videos kann ich mit dem Schieberegler neben Qualität beeinflussen. Wenn ich weitere Einstellungen aktiviere, kann ich neben Video die Zahl verändern. Je kleiner die Zahl, desto besser die Qualität, umso länger dauert aber auch das Rendern und umso größer ist am Ende die Videodatei. Am besten experimentiert man mit Zahlen zwischen 18 und 21. Für ein 7 Days to Die Video mit vielen Frames verwende ich 21, damit die Datei nicht zu groß wird. Ein Klick auf In Datei rendern startet den Vorgang. Das war jetzt wirklich nur ein kleiner Einblick in den Videoschnitt mit Kdenlive, denn das Tool hat sehr viele Funktionen. Wenn ihr Fragen habt oder euch für bestimmte Funktionen interessiert, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Channel. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020